quillt mal hier moin moin zusammen zu einem neuen vlog auf meinem kanal und wie ihr seht fahre ich heute nicht meine reika ist da vorne holger fährt sie wollte auch mal das thema mapping ausprobieren und auch mal die 900er hier habe ich jetzt seine die 600er und das coole ist ich kann jetzt mal endlich den sitz ausprobieren das mega den komfortsitz und ich kann gleich mal ausprobieren diesen crosslenker hier und das probieren wir noch einmal also sensationell muss ich sagen echt cool ich habe auch das gefühl also liegt es jetzt an der an der 600er liegt es an der 900 gewicht also oder am lenker sozusagen die ich viel angenehmer zu lenken mit dem lenker hier also das ist ja mega geile macht richtig laune ich freue mich wie so ein belzeboupet mal einen anderen reika einfach zu fahren und ich finde auch durch diese durch diesen crosslenker ja das ist ganz anders zum fahren also ganz anders viel angenehmer also meins ist eher so sportlich und ist eher so hey geil grüßen es ist so witzig dass ich meinen reika jetzt da vorne sehe wie der polger ihn fährt also da muss ich sagen also jetzt mal ungelogen der reika 600 hört sich besser an im untertouren bereich wie der wie der 900er reika vor mir also das muss ich jetzt wirklich mal so sagen also ich fahre jetzt hier 50 und wenn ich jetzt gas gibt ja viel viel besser also der hört sich sind wir nach motor wahnsinn naja auch eine geile strecke jetzt zum ausprobieren ne heim ich euch jetzt mal schön mit naja hört es auch schon die bremsen von ihm quietschen da schon ich glaube das schreiben ja auch viele das quietschen dann ne ähm mich stört es aber nicht ok jetzt merken wir es ein bisschen ja aber mein gott cooles gefährt ich bin auch echt happy dass er mich da fahren lässt dass man einfach mal auch einen direkten vergleich hat mit so einer maschine ne ist immer schade man fährt halt immer seine maschine und dann kennt man halt auch nur seine kubikzahl und dann merkt man halt noch mal eine andere kubik wieder da merkt man einfach mal was das ausmacht und woran man sich eigentlich gewöhnt das ist ja das interessante eigentlich immer man gewöhnt sich immer viel zu schnell an die an diese geschwindigkeit und leider hatte ich auch beim händler damals keine chance einen 600 riker zu fahren weil ich weiß nicht ob es das fahrzeug einfach nicht gab es als vorstellungsfahrzeug oder oder ja da gab es leider nur diese 900 riker deswegen umso happy bin ich jetzt eigentlich dass ich da jetzt mal fahren darf und muss echt sagen unten raus viel besser also warte mal vielleicht kann man das euch mal so zeigen viel viel besser also meine ist das sehr sehr leise und man hört eher mehr vom vom getriebe was ja aber hört ihr das es ist einfach viel sound viel besser unten rum wahrscheinlich fahrzeug tauscht so liebe leute jetzt haben wir wieder getauscht der holger sitzt auf seiner maschine ich wieder auf meiner und ich stelle gleich mal fest das ist ein ganz anderes fahren auch der 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 klang ist schon ganz anders ich muss echt sagen 600 hatten viel viel schöneren klang wie die 900er und ich muss dazu sagen der diese also jetzt wenn ich wieder drauf bin und ich muss selber hier lenken ja das ist ja wie ein nacht also wirklich die tage und nacht ich habe das gefühl gehabt bei ihm ich hatte eine maschine die wiegt 100 kilo weniger und hier habe ich eine maschine die wiegt einfach viel mehr weil einfach dieses handling mit dem mit dem lenker ist wirklich anders wahnsinn aber dennoch sound besser das ist eine tatsache so wir machen uns jetzt erstmal auf dem heimweg und dann nehmen wir jetzt euch mal ein bisschen mit mal schauen wo uns das navi noch mal ein bisschen hin führt weil ich habe jetzt mein navi aus ich brauchst jetzt nicht so wir sind jetzt einmal im kreis gefahren einfach fahren jetzt einmal um die erzgrube rum fahren dann wieder zurück von hier aus sind wahrscheinlich nur eine halbe stunde nach hause dreiviertel stunde je nachdem der verkehr läuft aber hier oben ist einfach wunderschön weil einfach sehr sehr ruhig hier alles ist und man hat vor allen dingen gerade unter der woche und den abend stunden ist es einfach was was anderes zu fahren ach letztes mal bin ich hier lang gefahren genau mit meinem bruder ja ist einfach was anderes zum fahren das ist viel angenehmer alles weniger los auf den straßen und hier ist eh wenig los aber abends ist dann wirklich ganz ganz anders dann genießt man das einfach viel mehr ja wir haben jetzt das thema rica 600 gehabt und da würde ich auch den titel dann so nennen von dem video einfach auch mal zeigen es ja es gibt einen unterschied zwischen 600 und 900 rica ja den gibt es kubikzahl ja den gibt es auch vielleicht oben raus aber wenn man ehrlich sind muss ja nicht immer mehr leistung und mehr geschwindigkeit haben sondern es geht ja wirklich um fahrspaß und da steht der 600 dem 900 nicht mal also nichts gibt es die gleiche fahrzeuge und jeder hat seine vorteile und der einzige vorteil den ich mit 900 habe ist einfach dass er oben raus noch mal besser besser geht und und das ist jetzt aber kein vorteil wie der nachteil ich sage der 600er hat einfach einen besseren klang wie man wie man den 900er hat was mit dem zylinder zu tun aber sonst alles identisch ja und das einzige thema was wir jetzt noch machen müssten wäre der lenker ein anderer lenker hin machen wirklich ein ein rally lenker weil ich habe gemerkt wie einfach es ist mit dem lenker zu lenken und auf lange touren deutlich angenehmer wie das was ich hier habe wirklich deutlich besser und der komfort sitzt auch noch so ein thema gewesen wo ich sage ja den komfort sitzt den spüre ich ganz extrem es ist was anderes zu fahren wie der standard sitzt deswegen alles top so ich würde es so machen wenn wir noch themen haben zum thema reicher 600 und reicher 900 wirklich die unterschiede wenn ihr da wirklich mal ein video sehen wollen dass man da wirklich aufzählt was sind die unterschiede wirklich zwischen diesen zwei fahrzeugen da kann ich das gerne machen ich denke aber dass man mit dem kleinen einblick jetzt mal kurz sind das video einfach sieht dass es beide tolle fahrzeuge sind der eine hat einfach drei zylinder der andere zwei wenn ich jetzt alles täuscht und einfach klang ja auch der druck unten raus ja ein bisschen unterschiedlich aber bis 80 eigentlich identisch ist einfach so und dann oben raus die 900er aber beide fahrzeuge machen gleich viel spaß und ich gebe immer diesem tipp mit bevor ihren reicher kauft und ihr seid euch unschlüssig mit 600 900 und dann geht ins forum rein und fragt noch mal das ist so eine subjektive betrachtung der maschinen das kann man gar nicht so pauschal sagen also wirklich macht euch ein eigenes bild zu dem thema reicher 900 600 wirklich macht euch und dann könnt ihr auch entscheiden alles andere wäre einfach ja nicht ganz korrekt weil ihr einfach sonst meinungen von auch von mir eine meinung habt man muss unbedingt 600 oder 900 fahren aber wenn man selber ausprobiert merkt man sofort wo tendiert man denn mehr hin also ich sehe das 600 oder 900er beides sind top modelle es ist einfach so als kleiner tipp wenn ihr versucht noch mal ein bisschen längere touren zu fahren ich glaube ich würde empfehlen diesen reicher diesen cross lenker zu nehmen weil es einfach deutlich angenehmer ist nochmal zum fahren und ich glaube das muss ich mir auch mal überlegen weg von dieser extrem sportlichen variante es gibt ja nochmal was sportliches hin zu dieser cross variante weil es ist ein anderes fahrzeug es ist viel angenehmer zu bewegen und auf längere sicht als auf längere touren macht es in meinen augen einfach mehr sinn deshalb überlegt es euch nochmal wenn ihr fragen habt dazu dann schreibt mir einfach in die kommentare ich versuche wirklich das ganze zu beantworten das ganze thema und bei bedarf mache ich nochmal einen richtigen vergleich 600er und 900er und dann machen wir wirklich verschiedene dinge geschwindigkeiten ausstattung variante sound was halt so dazukommt ich denke das war's auch jetzt mal hier von dem ganzen vlog ich würde sagen lasst mir doch mal bitte einen daumen nach oben und ein abo da ich merke immer wieder dass extrem viele leute meine videos schauen aber ich finde es schade dass ihr kein abo da lasst weil euch schadet es ja nicht und ich finde es cool dann können wir das thema einfach riker ein bisschen präsenter machen und auch ein bisschen mehr leute mitnehmen auf die faszination kennen riker und da würdet ihr uns allen helfen also in diesem sinne daumen nach oben da lassen und wir sehen uns im nächsten vlog euer alpaka haut rein bis denn ciao ciao